in diesem video schauen wir uns an wie wir kontakte kalender und mails von unserem web de konto über windows mit dem em client synchronisieren den em client gibt es auch auf mac os entsprechend ist da die anleitung fast identisch bevor wir jetzt aber irgendwas im em client machen bin ich hier erstmal in meinem web de konto und auf der linken seite und gehe ich einmal auf einstellungen auf der linken seite habe ich jetzt hier den punkt pop3 imap abruf den klicke ich einmal an und hier unten muss ich erstmal pop und imap abruf erlauben und klicke hier auf speichern jetzt muss ich so ein kryptischen code eingeben ich muss ja der maschine beweisen dass ich keine maschine bin und jetzt ist das erstmal soweit gespeichert kurios finde ich übrigens hier das standardmäßig pop3 angezeigt wird dass es eigentlich veraltet und sollte man echt nicht mehr benutzen ich exil also jetzt mal auf den em client der ist noch frisch da und noch nichts eingerichtet und neues konto kann ich hier über menü und konten hinzufügen hier kann ich jetzt einmal meine mail adresse eingeben die heißt jetzt hier in dem fall wird web.de und dann start now er versucht das jetzt automatisch zu erkennen schauen wir mal ob es klappt das lasse ich jetzt hier erst mal so klick auf next und wunderbar er hat gleich erkannt dass ich mail kalender und kontakte haben auf dem konto klicke einmal auf finish und jetzt habe ich hier das konto useful wird web.de und ja in der inbox sehe ich dann die mail sicherheit hier eben bekommen habe wir können jetzt auch noch mal hier unter tools und konten gehen da sieht man jetzt dass mail kalender und kontakte synchronisiert sind und interessant ist jetzt mal hier wenn man auf ihm ab geht was er da benutzt hat also hat immer web.de benutzt 143 und force usage of ssl also verschlüsselung ist auch eingeschaltet dann gucken wir auch noch mal bei smtp ja das sieht auch gut aus auch hier mit verschlüsselung kater schauen wir uns noch an sieht so aus und kall darf schauen uns auch an sieht so aus also die falls jetzt irgendwie mal manuell anrichten müsst habt ihr halt hier die urls die ihr verwenden könnt ich gehe jetzt mal auf ok und natürlich testen wir das ich mein mail ist jetzt getestet das hat er synchronisiert das sieht man ja ganz offensichtlich aber wir legen jetzt auch mal hier einfach einen schwachsinnigen termin an und zwar legen wir den an was weiß ich am 7.3 wer genau aufgepasst hat der hat eventuell gesehen dass wir jetzt den termin falsch angelegt haben nämlich nicht im web.de kalender sondern in dem lokalen kalender denn nur lokal auf dem pc gespeichert ist das lässt sich jetzt aber ganz einfach ändern und zwar mache ich jetzt hier ein rechtsklick drauf und sagt move to folder und hier wähle ich dann eben mein web.de kalender aus der heißt einfach mein kalender erstmal im standard gehe ich hier oben hin und jetzt muss ich ja auch noch einen hagen setzen dass der auch angezeigt wird jetzt ist er auch grün man sieht dass er also mein kalender zugeordnet worden ist das heißt wenn ich jetzt in zukunftstermine anstelle an anlegen dann muss ich hier drauf stehen und ich lege jetzt noch mal einen an einfach doppelklick hier machen und hier unten sieht man dann in welchen kalender der reinläuft also das passt jetzt im client ist in der regel auch so schlau sobald ein termin angelegt ist synchronisiert er das heißt ich müsste jetzt eigentlich im web.de kalender den termin 10 und ja dann sieht man hier unter testtermin und um jetzt auch zu verifizieren dass das mit dem adressbuch klappt machen wir es einmal in die andere richtung gut ich bin hier als labskaus natürlich angelegt aber machen wir mal einen neuen kontakt test nutzer nenne ich den jetzt einfach mal und er hat auch braucht keine eigenschaften haben sondern wir schauen nur ob es ihn gibt und jetzt gehe ich hier zurück in den am client gehe hier auf kontakte und hier habe ich ja das web.de adressbuch und schon ist er da der testnutzer solltet ihr bei euch nicht gleich erscheinen einfach einmal hier oben auf refresh und dann wird alles neu synchronisiert